Dann hol ich mir einfach den Unterhebel, repetier. Ich hab mir jetzt die Schrotflinte geholt. Jetzt lass mich durch. Jo. Okay, schnook. Ey, du schnook. Und Munition. Und schnook. Genau, ey. Kiki, ah! Alter, ich werd hier getrollt. Äh, äh. Ja, dankeschön. Und... Ich hab einfach den anderen Ausgang genommen. Wer ist denn, schnook? Ich hab einfach den anderen Ausgang genommen. Ich auch. Äh, äh, äh. Gut, ich bin dafür, dass wir über die Straße schauen und zum nächsten Händler gehen, oder? Ich renne vor mit dem Messer. Wir sind die Nomaden. Wir sind die Gegend. Das ist nicht hier. Soll die Karte. Ja. Ihr macht die Karte. Ähm, ich muss kurz weg. Okay. Äh, was machen wir denn? Also, normalerweise versuchen, ihn zu safen. Solange es geht. Sobald man merkt, dass es zu viele werden, dann in den Stich lassen. Ach, das heißt... Wir kennen das ja beim... Beim Anrufer, ne? Was passiert, wenn man, äh, jemanden hinterher rennt dann? Da sind wir zurückgerannt. Ja. Und wir waren schon alle in dem Scheißding drin. Ja. Ich meinte doch, ich rette ihn, bleibt ihr drin. Ich weiß das. Ich hab das Ding erst gestern gerendert. Ja, und dann lag's... Dann wollten wir dich auch retten. Dann... Ja, und dann wolltest du noch Bedäufels retten, der dann lag. Und dann haben wir dich alle angeschrien, dass du zurückrennen sollst. Du hast dir die Mühe gegeben. Das hat... Das hat leider nur nichts mehr gebracht. Ja. Ich bin weggerannt. Ich bin weggerannt. Sag... Bescheid. Was? Sag Bescheid. Ich brenne wie ein Monkey. Äh, wart ihr kurz auf mich? Ja, ich bin schon stehen geblieben. Ich versuche hier grad so viel wegzumachen, wie es geht. Ich bin die Nachhut. Mir geht's auch noch super, also ich... Ich hab vorne ein bisschen aufgeholt. Ja, super, dann dreh um und helf uns hier hinten. Vielleicht will ich zum Handy. In dem Tunnel. Wer ist in dem Tunnel da? Ich würde immer ungern in den Tunnel gehen. Aber wir müssen in den Tunnel. Muss nachladen. Aus. Ist... Ist der Shotgun-Head-Shot-Bar, da ist mir ein bisschen Blut ins Gesicht geflügt. Hey, ich hab neuen Erfolg. Wow, herzlichen Glückwunsch. Vorsicht. Achtfach. Hinter dir war ein unsichtbarer Drachen. Da war... Der Endgame ist da hinten fast am Arsch. Ja, das ist ein Nark. Wir würden nichts... Den können wir sterben lassen. Ja. Vorsicht, Rocketman. Den würde ich trotzdem auch gerne loswerden. Ich lade nach. Geht die Deckung. Wachen, hier geht's noch gut, oder? Mir geht's gut. Super. Ich heilt mal den komischen Typen, den ich nicht kenne. Bis auf und zu. Wow, fuck. Vorsicht, Paula. Lade nach. Bieren sagt Bedürfung, wo seid ihr? Guck mal hier hoch. Die sind in Sicherheit. Ja, hab ich gerade gesehen. Ich spiele das irgendwie noch weiter oben. Rennen vom Händler. Der hat Angst vorm Händler. Ja. Typ kann... Kriegt man doch gar nicht geheilt, langsam. Ey, bleibst du stehen? Ich glaube, dass die Züge ist. Nicht in den Wald, nicht in den Wald. Bloß nicht in den Wald. So, das war's schon. Ich wollte nur heilen. Ich bin ja ganz nepper. Ab und zu. Ja, sobald und ich gemeinsam mit den anderen... Ach, egal. Ist egal. Ich unterstütze irgendwelche komischen Leute, die ich nicht kenne. Du unterstützt eigentlich jeden. Du bist nur wortwahltechnisch ein bisschen angreifend. Ich? Nein. Ich glaube nicht. Der ist freundlich und lieb und zuvorkommt. Siehst du? Also, als ich nur mit ihm allein gespielt habe, war der ganz nett. Wie schon gesagt, sobald man mit ihm Portal hat, also ihn alleine, dann ist er der geilste und netteste Typ forever. Ist er in der Masse mit einer Ego-Shooter-Waffe in der Hand? Ist er immer noch freundlich, nur anders. Bedolfers ist generell immer ziemlich... Ne? Nein, eigentlich nicht. Ich habe mal mit Bedolfers alleine ein Game gehabt. Und... Ey, der war super drauf. Der Junge macht mich immer depressiv, Junge. Drachen, wo bist du? Ich bin... Wo seid ihr? Ach, da. Ich folge dem Bedolfers... Also, ich bleibe immer bei Drachen, einfach nur, weil ich den Gehren habe. Wir haben das Titelbild entdeckt. Was habt ihr entdeckt? Das Titelbild, den Camping-Ord, den Campingplatz. Hier, Camp? Oh, da kommt was. Ja, hier, bei uns ist gerade eine ganze Menge los. Bei uns nicht. Schön. Von den Zombies. Was ist los? Sei nicht so frech. Immer von den Zombies. Okay. Wo seid ihr denn hier? Wir sind durch den Wald gelaufen. Oh. Na, super. Ausgerechnet das, wo ich meinte, das sollte man nicht tun. Wir haben es getan. Vor allen Dingen, da ich auch mit meiner Scharfschützenwaffe, da rufe supergeile, offene Blutigkeiten abzubauen. Wir müssen gar nicht durch den Wald hin. Was bist du eigentlich für das, Feldo? Scharfschützen. Der Fall zeigt eigentlich immer nur den nächsten Händler an. Also, ich bin dafür, dass wir einfach zum Händler versuchen zukommen, Drachen. Händler. Hintergegen. Oh, fuck. Ich hasse diese Unsichtbarkeit. Kacke. Scheiße. Superman. So, ist down. Oh. Wo ist der Bedolfers? Okay, Bedolfers kommt zu uns. Wir sind wieder am Startplatz. Hey, cool. Man kann in den Heli rein. Das würde ich nur nicht machen. Da ist man so schnell im Eimer. Was ist da was? Nee, ist nichts. Warum bin ich immer alleine? Ich bin immer so allein. Äh. Du wolltest es ja nicht anders. Halbe Stunde. Ey. Was soll denn das? Ich kann aber nicht jederzeit sprechen. Sag, warum kipp nicht um? Jetzt kommt dann nur komisch rüber. Ähm. Verdammt Unsichtbare. Lade nach. Ich bin bei der Händlerin, falls ihr mich sucht. Oh. Was? Ich bin bei der Händlerin, falls ihr mich sucht. Boah, was ist denn jetzt los? Ja, manche sind unsichtbar. Ja, ich weiß. Siehst du erst dann, wenn sie angreifen. Vorsicht, direkt vor dir. Halte. Äh, laufen wir weiter zum Händler? Ja. Also ich versuche immer nur bei dir zu bleiben. Sobald du weiter gehst, bin ich auch unterwegs. Das sei denn, ich sag, ich muss gerade noch was machen. Ja. Ich guck mal nach hinten. Wir sind vorderhalb. Du guckst nach vorne. Ich dreh mich einfach immer ein bisschen. Ich höre was. Dreyfus ist fast am Arsch. Pfeile. Fuck hinter mir. Wobei, wenn ich mich ja drehe, weil ich das ja bemerkt habe, und das jetzt auch nicht mehr. Ich muss nachladen. Ich bin gestorben. Ach so, sag's. Oh, wann denn? Gut zu wissen, dass der eine Mann, auf den wir uns gehofft haben zum Heilen, irgendwie platt ist. Oh, oh, die kommen alle aus dem Wald. Es sind doch nur noch zwölf Leute. Fünf. Selbst die zwölf können einen killen. Das war sieben. Äh, sechs. Oh, oh, Sirene. Nein. Ja, hab ich noch gut ge... Also entweder einer von uns hat sie gut getroffen. Einer. Hä? Ist jetzt nur ein... Hat man gemacht. Äh, was? Nicht genug Kohle für eine Armbrust. Klar. Wenn man was verkauft, dann hat man keine Kohle. Hier ist der Fehler. Wo sieht man eigentlich, wie viel man kriegt, wenn man die Waffe verkauft? Nein, ich glaube nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Ich glaube noch weniger. Na ja, ist ja schon klar, dass man weniger als... Ach da. Renten darf. Reicht nicht. Halt jemand noch Kohle? Ich brauche Kohle. Wieso bin ich hier... Na, ich eigentlich auch. Ich spare momentan für etwas. Ja, das hier? Ja. Wie soll, du bist da rangekommen? Ich habe meine Pull-Pop verkauft. Guck mal, ob er einen geilen Zick hat. Hä? Na, ich hatte nur 500. Wenn ich also meine Waffe hier für 150 verkaufe, dann... Die kommen alle aus dem Klo. Oh, ich möchte nicht wissen, was die da drin gemacht haben. Uh, Gangbang. Ja, das wollte ich eigentlich gerade nicht so sagen. Ich liebe es nämlich mit dem Scheiß-Ranzoom. Du liebst es mit dem Scheiß-Ranzoom. Ja. Du hängst es nicht lieb, mit dem Scheiß-Ranzoom? Ne? Ne? Ne, der war es nicht. Ich bin voll konzentriert gerade. Äh, da... Ja, ich würde aber... Warte, ich würde zum nächsten Händler gehen. Der ist über 200 Meter weg. Ich habe gerade nicht drauf geachtet. Und deine schöne Armbrust, könnten wir hier mehr gebrauchen. Ja, von hinten kaufen wir auch welche. Das mache ich schon, das mache ich schon. Ja, die können wir ruhig näher kommen lassen. Das interessiert nicht. Das Problem, was Bedäufels hat, ist, glaube ich, momentan ein bisschen schlimmer. Du hast es erstürmt. Und fast verweckt. Ja, das würde ich nämlich doch gerne vermeiden. Auch wenn wir uns alle gegenseitig den Kopf einreißen. Ich würde es trotzdem gerne vermeiden, dass hier irgendwer umkippt. So wie... Oh Gott. Aus dem Wald kommen welche. Aus dem Wald kommen sie alle. Bam, bam, bam. Nein, sie kommen auf. Fuck, du bist ein Problem. Fuck, wieso bin ich hier gerade umzingelt? Wo denn? Wo bist du denn? Direkt neben Virensack. Der Heiler hat sie da. Bleib mal stehen. Komm her. Komm her. Ich bin voll. Na. Oh fuck, die kommen alle von unten hochgeklettert. Ich glaube, unser Snack hängt da hinten alleine ab. Und stellt uns den Rücken frei. Oh, das war jetzt ein schöner Slowmotion vom Fernsehen. Hey, wo? Dummes Vieh. Fuck, wir müssen in den Wald rein. Das werden wir zum Ende da wollen. Äh. Fuck, irgendwo ist wieder einer mit einer Rakete. Der Heiler macht das hier. Aua, der hat getroffen. Heiler, du kannst dich mal um Bedaufer zu kümmern. Mach ihn gerade. Weil der läuft ja von mir weg. Ich habe so einen Typ mit einer verdammten Rakete. Ja, ich gehe nur noch. Okay, jetzt sehe ich ihn. Da schießt mich der Typ mit einer verdammten Rakete. Ich habe keine Muni mehr. Oh. Scheiße. Wechsel die Waffe. Oh oh. Da wechsel ich nicht. Ich muss nach. Weiter zum Händler. Ich nachladen. Ach, weil man. Ach, weil ich einen Händler dann hab. Wie schlau'n wir noch zwei? Dann würde ich sagen, jetzt rennen wir zum Händler. Egal, was passiert. Mhm. Ich habe eine Idee. Der andere schafft das schon. Ist er noch am Leben? Der ist sogar noch am Leben. Jo, und das nicht mal gerade mit wenig Energie. Also dem geht es echt gut. Ach, guck mal, Campingplatz. Ja, den meinten. Ich fand wieder auf. Ah, schöner Wagen. So ein muss ich aufwand. Vor allem mit dieser Färbung. Ich habe genau die Schieße nach dir. Die Kamera kaputtgeschossen hat und reingelassen. Ey, fuck off, man. Schon wieder keine Kohle. Und ich mal vollgeladen. Voll aufgezogen. Äh. Hat jemand ganz bisschen für mich? Fuck you. Oder stecht dir das Gahit Muni die Sonne scheint? Was war das? Halt still. Oder stecht dir das Gahit Muni die Sonne scheint? Ich habe null Dollar. Ich auch nicht. Also ich habe auch null. Wie, habt ihr nicht auf hier... Hier ist das Kredit geholt? Du bist auch pleite, Junge. Lass mich doch. Ja, lass ich ja auch. Ich wollte nur darauf hinweisen. Ich will... Und guck dir mal eine neue schnucklige Waffe an. Guck dir mal eine noch. Ähm. Jagdschrotflinte. Ich würde mal sagen, hier sind wir richtig am Arsch. Ja, bin ich auch. Deswegen bin ich dafür, dass wir gut zurückgehen. Oh mein Gott. Was ist denn noch? Ja, und ich bin tot. Hilfe. Ich bin tot. Was? Ernsthaft? Du bist glatt? Gottverdammt, wir sind so im Arsch hier. Ihr sollt mich hier raus. Ja, dem stehe ich zu. Sag nicht, ich bin bei dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Scheißvieh. Ey. Fakt, der lebt noch. Das war meiner. Ah. Oh, oh. Oh, oh. Das ist der Frosmanikus. Ja. Und der Mann mit Gott platt. Und der Mann mit Gott platt. Uah. Oh, oh. Oh. Vielen Dank.